Also, sollte ich mir vielleicht mal wieder mein Headset aufsetzen? Das ist dann immer wütend, wenn man irgendwas schneidet, weil man mal kurz auf Toilette war. Sonst hört man mir nichts. So, macht das schon mehr Sinn. Haha, hallöchen. Da sind wir wieder. Und wir sollen jetzt erstmal den ausschalten, der die Kontrolle hat. Ich vermute mal, das ist der Kollege da oben. Und jetzt muss ich da irgendwie hin. Oh, achso, ich kann jetzt hier nur die Deckung nutzen. Okay. Ich darf sie nicht ausschalten. Wenn ich sie ausschalte, gibt es gleich Alarm. Der macht mir ja Spaß, ey. Okay. Ach, da lang, okay. Ja. Ich bin ja mal gespannt auf das Spiel, das jetzt, ich glaube, nächstes Jahr rauskommt. Freitag, der 13. Mit Jason. Ich habe da bei YouTube ein Video gesehen. Da habe ich gesagt, das musst du auch holen. Ähm. Nicht hier runterfallen, da hoch musst du da. Richtig schönes Killerspiel. Ähnlich, sag ich mal, wie Dead by Daylight. Nur halt mit Jason. Und Jason soll ja angeblich irgendwie auch, habe ich auch gehört, ähm, bei Dead by Daylight zum, ähm, Halloween kommen. Zum Halloween. Batman ist so gut wie tot. Genau. Das Problem wird nur sein, dass ich diese Folge erst dann hochlade, nachdem Halloween vorbei ist, denke ich, glaube ich. Müsste jetzt lügen. Aber das sieht man ja denn dann. Jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt einfach da rüber. Wird wohl nicht funktionieren, ne? Vielleicht aber da oben drauf. Und dann da weiter. Okay. Das macht jetzt Sinn. Wir haben keine Chance. Keine Chance. Jetzt ist hier mal doof. Wo laufen jetzt die nächsten Freckels rum? Da zum Beispiel läuft einer. Und ich kann den nicht K.O. Und wenn ich den K.O. hole, dann geht gleich die Alarm los. Und der Kollege oben im Schalke Dönse, ähm, ja, schaltet die Leute aus, die hier noch im Käfig hängen. Das heißt, ich hopse hier erstmal so normal runter, oder? Ach ne, da unten kann man lang, okay. Achso. Hä? Wie kommt man denn da hin? Hallo. Bleibst du so stehen oder drittst du dich irgendwann mal um? Na, hier lang ist nicht richtig. Glaube ich nicht. Ich muss da drüben rein. Denk ich mal. Von da kommt der nach oben, oder so. Da geht's mal ziemlich tief runter. Ich glaube nicht, dass ich von hier nach da rüber springen kann. Achso, aber ich kann mich vielleicht... Vielleicht klappt das ja. Und der hier hinten ist. Dass der mich gar nicht sieht. Richtig, keine Chance habe ich. Ich bin auch gar nicht hier und höre euch zu. Ich muss halt nur ab und zu mal die Lüftungsschichte hier kontrollieren, ob da sich irgendwie Spinnenweben angesammelt haben. Weil die müssen weggemacht werden. noch einen höher. Das ist hier der große Zampalo jetzt, ja? Oh. Der Spruch war geil, ihr könnt nicht mal ein Taxi anhalten. Den, den werde ich mir merken. Ja, jetzt muss man sie eigentlich nur noch alle Lagen an der Abs, äh, ausschalten. Leichter gesagt als getan. Das ist nicht unbedingt ein Spiel, wenn man wild drauf losrennen kann. Man muss ab und zu auch mal warten, wie die da sich hinstellen. Wobei es in diesem Spiel noch relativ einfach ist, weil die KI nicht ganz so clever ist. Es gibt andere Batman-Spiele, da lernen die. Kannst du das auch nicht sagen. Gute Nacht. Noch ein paar Pünktchen, dann gibt's ein Upgrade. 1, 2, war das nicht 3. Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Macht Sinn. Erstmal befreit die, die sind schon draußen, okay. Jetzt gibt's einen Upgrade. Ich dachte ja eigentlich, unten ein Tonband. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Mhm. Wo ist das Labor? Geh zurück, ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber, naja, sie ist versteckt. Ach. Ich finde es. Bleib hier. Es gibt eine versteckte Tür. Und wo ist diese versteckte Tür? Wo ist Dr. Tellerman? Woher soll ich das wissen? Es erscheint ahnächtig, dass wir ihn verloren haben. Ich habe keine Zeit. Ich dachte, ich werde ohnächtig. Ich vertrag keine Höhe. Ich frage mich gerade, warum hängen hier solche Käfige? Wofür? Was wird da drin normalerweise gehalten? Ah ne. Doch, klar. Upgrade. Gibt es doch hier Upgrade. Ähm. Ich bin ja schon ganz fertig. Was ist hier so? Erhöht die Effektivität des Blablub. Macht vielleicht Sinn. Weil die Schlösser vermute ich mal, umso näher man den Joker kommt, halt immer raffinierter werden. Ich denke mal, ich habe die geheime Tür gefunden. Ach, guck an. Hallo. Ne, das ist das falsche Ding. Krabbom. Ach, da ist die geheime Tür. Und diesmal geht der Felsen nach oben auf. Ich frage mich halt immer. Ich wollte nur nach oben gucken gerade, aber das ging gerade nicht mehr. Hallo. Lass ihn raus, den Tiger. Oh, gibt es Rippchen? Ey, der hat ja was von Star Wars, oder? Ihr seid ja hübsch. Nichts. Das hier Zeuers ist ein bisschen nervig. Uga, uga. 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 Fühlt ihr, glaube ich, gerade nicht so gut? Ach, ich muss nicht so gut sein. Hä? Ich schelle links, ich schelle rechts. Auuah. 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 Aber der Rest ist ja irgendwie der Öl ist da. Na, hau mich noch kaputt jetzt. Okay. Oh, ein bisschen. Und es gibt nur einen auf Arkham Island, der mir helfen kann. Wieso denkst du, dass Ivy dir helfen wird? Wenn ihre Pflanzen in Gefahr sind, hört sie zu. Ich habe eine Probe ihrer Pheromon-Merkmale gespeichert. Sie wird irgendwo im Garten sein. Ich finde sie. Schön, dass die nur atmen hier. Und ich bin so froh. Guck mal, die kuscheln sogar. Die schmusen. Die mögen sich. Ich bin froh, dass bei denen jetzt nur die Hemden zerrissen sind und die Hosen angeblieben sind. Ähm, hier so? Durch diesen Fahrstuhlschacht geht's nicht. Ach. Ich muss den Weg zurück, den ich gekommen bin. Das ist irgendwie klar, oder? Ich brauche etwas, um über diese Schlucht zu kommen. Könnt ihr fliegen? Ach so. Ich brauche etwas, um über diese Schlucht zu kommen. Wollte Amazon auch mal so einen Quick-Service bringen? so vom Weg in Pakete mit Drogen, äh nicht mit Drogen, Paketen mit Drohnen bringen. Ja, Batman hat das schon gemacht. So ein riesen Kasten für so ein kleines Stück Spielzeug, was du da gerade bekommen hast, aber gut. Wo ist er denn? Wird wohl der hier sein. Jetzt kann ich eigentlich. Was du alles kannst, ja. Ja, er muss also da lang, woher gekommen ist. Jetzt wird gespeichert. Diese Songgeräusche. Na, erstmal wo wir raus, wird überhaupt, oder? Oder sie wird hier irgendwo aufkreuzen. Da hinten ist noch so eine Rittlerfigur. Und da geht das tief runter. Wer buddelt so tiefe Löcher und baut denn da einfach ein Wehchen? Das verstehe ich immer nicht. Nehmt mit. Aha. Hier so lang? Scheinbar richtig. Da ist sie doch. Gut, meine Lieblinge. Gut, meine Lieblinge. Ich bin jetzt hier. Meine armen Lieblinge. Ja, ich weiß, er hat uns gefunden. Aber ich lasse nicht zu, dass er euch verletzt. Ich werde ihn vorher töten. Ivy, ich weiß, Dr. Young hat diese Pflanzen mutieren lassen, um Venom zu produzieren. Ja. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass die fiese Frau den Preis dafür bezahlt hat. Du musst mir dabei helfen, ein Gegenmittel herzustellen. Wieso sollte ich? Lass Joker seinen Spaß haben. Ich genieße es zu sehen, wie du dich vor Schmerzen windest. Du warst zu lange in der Dunkelheit. Jeder Pflanze auf der Insel wird das gleiche passieren, wenn du nicht kooperierst. Es gibt eine Pflanze, die verborgen auf Arkham Island wächst. Nur sie kann mit der Wirkung des Titanstamms fertig werden. Wo kann ich sie finden? Im Versteck dieses Mörders Krok. Du hast nicht gedacht, dass es einfach wird, oder? Geh in deine Zelle, oder du bist als Nächste dran. Ich werde warten. Und dann trinken wir einen Kaffee. Oder einen Tee. Oder ein Wasser. Oder Seramis. Oracle, ich muss einen Weg in Killer Crocs Versteck finden. Nein, musst du nicht. Unter Arkham Island. Im System steht nicht, wo er festgehalten wird. Ich habe eine Tür neben der Berthöhle gefunden, aber sie ist fest verschlossen. Es muss einen anderen Weg reingehen. Ich habe Aufseher Cash in der Villa gelassen. Mal sehen, ob ich über ihn rausfinde, wo Croc festgehalten wird. Guck mal, alles neue Freunde da. Geh und spiel noch ein paar Stunden mit der Schlampe. Er braucht fast auch keine Zeit für dich. Äh. Mal gucken, ob das funktioniert. Wo war das denn? Hier. Funktioniert. Aber die sind clever geworden jetzt hier. Ist das auch clever? Das lassen sie doch einmal machen. Ach, warte mal. Party time. Ja, ja. Kommen wir schon drüber. Lass uns das zu Ende. Ich darf schon. Party time. Daneben. Da fällt das noch runter. Oh, nicht schlecht. Lass nicht zu, dass ihr dich fliegt, du Idiot. Ich finde den Spruch immer geil. Ich finde den Spruch immer geil. Das war eigentlich nur geradeaus gleich. Gut, ich könnte noch die anderen Wege abräumen und gucken, ob da noch irgendwas lief, was man sammeln könnte. Aber ich bin ja nicht hier zum Sammeln. Ich bin ja hier zum Flüchten jetzt. Wahrscheinlich wird es da ein paar Feinde geben gleich. Äh, da nicht. Hm. Wenn nicht da, wo denn denn dann? Da kam ich her. Vielleicht da lang. Macht auch mal Sinn. Macht vielleicht sogar ein bisschen mehr Sinn. Da ist eine Tür. Und dann hier so lang. Ach, da sind wir bei den Käfig-Dingerns. Und dann glaube ich... Moment. Komm. Warum sind die tot? Das Problem ist ja aber... Was hier... Ich glaube verkehrt, hier wird behaupten. Damit meine Herausforderung zu lösen, gibst du zu, dass ich schlauer bin als eine Fledermaus? Hä? Okay, dann wollen wir doch wieder zurück. Mann. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für deine Rätsel, Riddler. Das Schöne ist, man kann ja nachher, nachdem man praktisch den Story-Modus beendet hat, immer noch hier rumrennen. In alle Gebäude. Jetzt links halten. Ja, da kommt man ja nirgends vorhin. Da ist ja zu. Dann vielleicht doch da außen rum ganz. Dann durch den Kanal da. Worum ist denn hier so ein Ding übrigens? Ach stimmt, hier kann man doch her. Oder? Zumindest haben wir da schon mal eine Figur. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Wenn man hochklettert, dann bricht das nicht ab, oder was? Oh, 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 oh. Schwierig, oder? Naja. Man muss halt dann höher kommen. Halt die Backen. Aber wenn der rausgekommen ist, muss man auch da reinkommen, oder? Da ist hier nicht mal irgendwas. Vielleicht ist hier ja was. Ach da, guck an. Und wieder raus. Dann müssen wir ja nicht lang jetzt. Wir müssen jetzt die Richtung gar nicht weit. Oder da lang. Nur halt höher. Hallo? Höher habe ich gesagt. Wo ist denn hier die dämliche Leiter da jetzt? Echt, das hier ganz außenrum? Nein, nein, nein. Also diese Sprunggeschichte ist ähnlich wie bei Assassin's Creed. Wenn der erstmal so seine Fixpunkte hat, wo der ranz springt, dann springt der auch dahin, obwohl man da gar nicht hin möchte. Und das ist immer ein bisschen blöd dann. Hopst ja, weil man kann den Sprung, wenn man springt, auch nicht mehr abbrechen. Er springt dann einfach. Und wenn es hier 100 Milliarden Kilometer nach unten geht, dann springt der halt da runter. Sind da keine Jump'n' Ones hier, wo man noch während des Sprunges sagen kann, ey, nö, ich drehe mal doch wieder um. So ähnlich wie bei Mario oder Figürchen und Pilze. Da muss ein paar Pilze klinken. Und dann hier so lang und dann da so lang. Und ich über all diese Spinnenweben. 100.000 Kilo Sch... Hey, leck mich, Fledermaus. Wir haben den Strom angestellt. Ach. Du bist da gefangen. Ja, jetzt bist du nichts Besonderes mehr. Wieso kommst du nicht rüber und stopfst uns? Ich glaube, er hat Angst. Ich glaube, du hast recht. Du bist voll in Ruhe. Ich schlag dich grün und blau. Ich glaube, das ist nochmal wahrscheinlich nicht, oder? Nee, die sind nicht so doof. Die lassen sich nur einmal. Du wirst bluten, Batman. Du wirst bluten, Batman. Huah! und gleich gibt es wieder ein upgrade nur noch ein paar pünktchen die geschichte wieder los alle nacheinander abschalten umschalten umhauen das muss man halt wieder diese warten geschichte machen obwohl die auch noch ab kommt hier rüber alle zu mir und wie sie alle hören und er hört noch er nicht mehr und er wird hier raus alle drei zusammen wenn du die türe ich nehme die meine frau sie bleiben doch ein bisschen sehr ungünstig stehen mit dem ein ich hätte mich da unten verstecken sollen aber die haben auf mich geschossen wenn die auf mich schießen wissen ja wo ich bin von der hätte das auch nichts gebracht ich bin an der tür hier ist nichts bleibt doch mal locker kommt auch gleich geht doch mal weiter leute bleibt doch nicht immer stundenlang stehen habe ich euch niemals darüber erzählt wie ich mit fan man oben auf der bibliothek von waffen gekämpft habe wirklich ist gar nicht so schlimm hier ist ein nichts wahrscheinlich nicht bei einem Mann vielleicht willst du mal durchzählen ob alle da sind und nicht so schlimm die 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 Ich wollte sie ja kuscheln, aber ich sollte ja gehen. Wollen wir mal kurz festhalten, da liegt noch eine Filmrolle. Gut, komm. Ja, ja. Ich habe hier ein wenig die Zahlen gegeben. Oh, ich muss sagen, die Ergebnisse sind etwas anders. Soll ich hier noch eine geben? Ich glaube, sie will es. Sie werden mich nicht umsonst einig, oder lieben? Ehrlich gesagt, hatte ich auch eine 10 Meter hohe Kielerpannse gehofft, aber man bekommt nicht immer, was man will. Ja, ja, ja.